Hi Leute, herzlich willkommen zurück, hier ist eure Alice in Sockerland mit Crysis Core Remaster. Und für mich ist es jetzt tatsächlich schon ein paar Tage her, dass ich gespielt habe und aufgenommen habe. Mit dem jetzigen Upload-Schedule komme ich persönlich irgendwie zu wenig voran mit dem Spielen, für meinen Geschmack. Aber ich will ja nicht mehr oder länger oder ich weiß nicht, dann stresse ich mich nachher wieder so. Keine Ahnung. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Je länger ich sammle, desto weniger komme ich voran. Ah stimmt, wir wollten uns noch hier auf der Soldatetage umgucken und mit ein paar... Mindestens. Ja. Dann halt dich mal ran. Äh? Habe ich jetzt schon einen Joy-Con-Drift an meinem Playstation-Controller oder was? Ach, gehen wir in Trainingsraum? Gibt's da was? Wo war die Karte? Viereck? Viereck. Scheint aktuell noch nichts zu sein, aber ein Materi... das war glaube ich das Materiallabor. Nein. Wir wissen ja, wann wir noch ganz viele Kniebeugen machen müssen. Bevor wir noch in Ibelheim aufbrechen, so wie letztes Mal. Erstmal war es Genesis. Und jetzt ist Angiela auch wieder. Lassen Sie sich die Soldaten durch ein viel Chaos. Ja. Ich muss gerade sagen, klingt nach da, wo ich arbeite. Jetzt frage ich mich gerade, was mit meinen Ex-Kollegen so passiert ist. Die Linke oder die Rechte? Ich kann dich verkuppeln. Ich bin... ich bin super Wingman. Los! Komm! Komm! Na gut. Ähm, ne, Besprechungsraum. Da geht's ja weiter. Materia. Ah, ist das ja... ah, ist das hübsch. Kann ich mich hinsetzen? Nein? Schade. Was Materia ist, ist die konzentrale Essens der Mako-Energie in kristallisierte Form. Materia natürliche Formed Materia ist virtually non-existent. The reason being, it takes special conditions and many years to form. Most of the Materia being used today were made artificially, either here or by the people over at Arms Development. Oh, habt ihr das Interview... gelesen? Oder... über... über... äh... wie es mit... das Final Fantasy VII Remake weitergeht? Äh... äh... ich... will nichts sagen... aber... wie... wie hieß die Reihe? Rebirth? Es gab wohl einen mega... Spoiler... was... die Richtung angeht. Also ich will hier nichts spoilern, aber wenn euch das interessiert, recherchiert da mal nach. Ah, Materia hab ich ja nie hergestellt. Irgendwie jetzt... ich find das doof. Die Materia sind sehr rare, aber Mako-Stone sind relativ leicht zu erhalten. A Mako-Stone ist kristallisierte Materia, von konzentrale Mako-Energie. Es funktioniert nicht als Materia, aber wenn wir es hier produzieren, können wir es in Materia. Soldiers manchmal machen Mako-Stone Excavation Missions. You should go some time. Ah, ja. Neue Missionen bekommen, also noch kann ich nix machen. Ich hab schon überlegt, ob ich einfach nur mal ne Folge mit... nur mit... nur mit Missionen mache, weil ich glaub, ich komm sonst nicht hinterher mit den Missionen. So, dann können wir jetzt endlich mit Song sprechen, der wartet schon die ganze Zeit. Das hatte ich schon mitgenommen, oder ist fast nachgekommen? Nein. Hey, hey, da stehst du immer noch. Weil Lizard... hier ist Lizard schon gegangen. Lizard hat Feierabend gemacht und du stehst immer noch hier. Gib mir noch ne Minute. I see. Los geht's. Ja. Ich weiß nicht. Nüh-Oh. Ja. 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 Die sind auch nicht. Ja. Oh Gott, ist das hübsch! Das heißt, das ist Banora Village? Angeal's hometown? Genau. Genesis und Angeal haben sich lange kennengelernt. Ähm, ich hab vergessen, wie jemand angreift. Ja, danke Ifrit, aber... Diese Leute, ich habe sie in Wutai gesehen. Also sind sie hier. Wir haben noch keine Stadt gesehen. Sie vielleicht haben sich die ganze Stadt kontrolliert. Als Genesis left, er hat einen Arsenaal mit ihnen genommen. Retriever destroyed. Das sind die Präsidenten gewaltt. Okay, keine Angst. Können wir vielleicht zurückgehen? Zurückgehen ist immer wichtig. Können wir ja noch verstehen hier. Sehe ich hier irgendwas? Ne, hier stehen keine Truhen oder so. Wir rennen mal. Zeig, jetzt hast du ein kleiner aufgedrehter Welpe. Neue Mail von Kanzler. Ah, da steht eine Truhe. Äh, die Mail war eher eins. Jetzt ein Apfel. Hab gehört, dass sie dich nach Benora entsendet haben. Wie läuft's da? Hoffe es geht dir gut. Sollen sich ja eine Menge Shinra-Leute da rumtreiben. Benora lebt anscheinend hauptsächlich von Anbau und Weiterverarbeitung von Äpfeln. Außerdem pumpt Shinra eine Menge Kohle in den Ort. Frag mich warum. Würde mich nicht wundern, wenn da Marco Energie im Spiel wäre. Vielleicht aber auch was Geheimnisvolleres? Werd mich mal dahinter klemmen. So mal erhalten. So mal erhalten. Activating combat mode. Bring it on. Ja. Oh, tut 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 tut. Äh, nein. Blocken, blocken. Ja. 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 Okay. Also gut, dass ich so viel extra HP habe. Ah. Ist das klar. Die sind aber auch flink. Ist das jetzt die richtige Richtung? Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Haha. Tschüss. Ich geh wieder. Ich speichern erst mal. Vielleicht sollte ich jedes Mal, wenn ich in den Speicherpunkt gehe, nehmen wir so... ne. So war das nicht ausgemacht. Einmal speichern reicht. Hallo. Wie geht's? Gut siehst du aus. Na klar. Ähm. Ich weiß nicht mehr, wo ich meine... Oh, oh. Äh. Wo habe ich meine Magie? Wo habe ich meine Magie? Da habe ich meine Magie. Habe ich... Natürlich habe ich keinen Blitz drin. Wow. Ich bin gut vorbereitet. Eis, Feuer, Vita, Wirbelattacke. Oh. Immer noch kein Blitz. Wollte noch mal sicher gehen. Uh. Nicht gut. Da hätte ich, glaube ich, wieder rausgehen sollen. Aber... Ja komm, kriegst du eine Eisbrocken auf dem Kopf. Ich kriege eine Eisbrocken auf dem Kopf. 400. Ist doch auch schon nicht schlecht. Gucken gleich, was das Feuer macht. 300. 300. Oh, nein, 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 nein. Hat mich das jetzt... Was? Hat mich das langsam gemacht? Komm ich da raus? Hä? Hat der abgebrochen? Weil ich weggelassen bin? Oh, ich hab noch ein paar MP. Ich kann auch so weitermachen. Ja, ich hab MP frei. Warte mal, bleib mal, lass mich mal gerade, lass mich mal gerade ein bisschen spammen hier. Aber was machst du? Ich sei irgendwie ein bisschen... ...lame. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich spiel ja nur auf normal. Ich kann mich ja nicht beschweren. Also, da war's... Genesys' Abilities und Traits to betransplanted to Soldier Members and Monsters. Soldier and Monsters? We're the same? Ach, Zack. Oh Gott, baby. Machst du noch was für mich? Nicht, dass du jetzt explodiert. Äh. Okay. What? Oh, warte, soll ich noch mal hin, Neil? Zack, don't fool her. Okay. Gibt's irgendeine Trophy, wenn ich das oft genug mache? Okay. Also, ich könnte ja jetzt noch ein paar Mal, ne? Das wär eigentlich ne ne super clevere Trophy. Nein. Also, keine Ahnung. Vielleicht muss ich's auch ich grad nicht lassen, aber lassen wir es. Ich hätt's zu ner Trophy gemacht. Okay. Okay. This is Genesis' home. Genesis' home. His parents are wealthy landowners. But I never stole from that tree Weil der Wealthy-Man son... ... war mein Freund. Sie waren nicht nur Bekwunst. Sie wurden zusammengezogen. Und waren gute Freunde. Also, Genesis gesucht und hat seine beste Freund, Angeal, zu befreien ihm. Ist das alles? Sephiroth glaubt, dass das so ist. Da. A gravestone. Still very new. Zack. Go find Angeal's house. I'll check the grave. Ugh. So Turks always do this stuff? Someone has to do it. Must be rough. Don't worry. We're paid much better than you are. No way! Ja way. Was hast du denn gedacht, Zack? Zack. Go find Angeal's house. It should be over there. It's likely already in enemy hands. Be careful. So cute. Aww. I'll check the grave. You go look for Angeal's house. Or maybe... Do I have to explain it again? Okay. Angeal's house should be somewhere on the far side. Also sehe ich so aus, oder was? Kann ich hier auch rein? Oh Gott. Ich hab mich grad random erschreckt. Vielleicht sollte ich mal langsam Blitz ausrüsten. Können die auch sein. Ich kann auch weiter Eis benutzen. Boah. Ich kann nicht mehr blocken. Ich kann nicht mehr heilen. Das ist ja wie bei Genshin hier. Mit den scheiß Ruining Guards. Komm, komm, komm. Funktioniert ja super. Wow. Wow. Nice. Oh, sorry. Ist er genau auf dich drauf gefallen? Ach, kann ich? Ich kann jetzt gar nicht Vita benutzen. Das ist ja doof. Ähm... Wann machen wir denn? Wir... Wir nutzen das ja erstmal. Ne, wo ist die? Pack ich die doch hier? Äh... Feuer wollte ich rausnehmen. Achso, ja. So tausche ich die aus. Hab ich nur die? Ich hab nur die. Hab ich noch ein anderes Accessoire jetzt eigentlich bekommen? Oh, ja. Einige. Ach ja, stimme ich bei die Schutzwesten. Schutzweste. Ja, ja. Ciao. Ciao. Ähm... Das hatte ich schon... Aber ich benutze viel Magie. Komischerweise. Oh ja, sonst nicht. Nehmen wir mal das. Was macht dir der Bronzereif? Ne, TP brauche ich. Die brauche ich. und ich... Hach. Da hast du irgendwo ein Recht. Ich muss nur auf jeden Fall checken. Reicht einmal? Da war eine Truhe, die hab ich schon gesehen. Alle Heilmittel! Das ist nicht in Jills Haus. War das schon in Jills Haus? Ich glaub nicht, dass das in Jills ist. Warte mal, warte mal, Gift! Geh weg! Ich will nicht wirklich fit werden. Hab ich grad einen Heidrank genommen? Ich hab Ausmaßengleich aufs Kreis gedrückt. Okay, also ne, dann hau ich nicht einfach an jedes Haus dran, wenn da Gegner rauskommen. Wirklich? Wirklich? Du kannst nicht über die Säcke oder die Kisten steigen? Bist du sicher, dass du da nicht rüberkommst? Was ist das? Aber jetzt ist nicht wirklich Zeit. Was ist das? Aber jetzt ist nicht wirklich Zeit. Was ist das? Aber jetzt ist... Ich hab auch hier die Karte. Welches war in Jills Haus? War das in Jills Haus? Das war... Okay. Da hängt ein Kranz dran. Ist immer ein Monster drin, wenn ein Kranz dranhängt? Wir haben Monster einen Sinn für Ästhetik und hängte Kränze auf. Das scheiße sind zwei. Gift... Ja. Jo, und ich bin vergiftet. Hey. Bleib ich vergiftet? Ich bleibe... Bleib ich vergiftet? Nein. Nein. Da hängt wie ein Türkranz dran. Oder war das im Jills Haus? Ich glaub das war im Jills Haus. Oh nein. Kein Monster. Ah, wir spächer mal. Ah, wir spächer mal. Ah, wir spächer mal. Hallo, Frau. Sind Sie die Mutter Angeal? Um, mein Name ist Zack. Sind Sie Zack? Das Puppe? Entschuldigung? Oh. 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 Oh, danke, Angeal. Du bist hier zusammen mit Genesis, bist du? Nein. Ich bin nicht. Keine Angst. Was ist passiert mit meinem Sohn? Ich bin wirklich nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Genesis kam zurück hier. A month ago. Mit einem Armee von Kohorten. Und sie versuchten die Leben der viele Stadt. Genesis. Er war so ein guter Mann. Ist Angeal... Er kam hier. Aber er hat seine Säure. Er hat seine Säure. Und er ist weg von irgendwoher. Das Säure... ...repräsentiert unsere Familie. Entschuldigung. Kein Wunder. Er hat nie benutzt diese Säure. Er hat nie benutzt, wirklich. Er hat nie benutzt. Ich will mich auf Angeal. Du solltest gehörst und schlaust irgendwo. Keine Angst. Genesis... ... kann mich nicht verraten. Hm. ... Wenn Anjil zu sein, Shinra zu sein, mein Mann hatte das Wettbewerb für ihn, und er sagte ihm zu kämpfen, mit Honnend. Er hat viel Geld bekommen, und dann, er hat so hart gearbeitet, um das Geld zu retten zu retten. Er hat dann plötzlich von Fettig. Wenn Anjil bei Hutt war, er war... Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, mir jetzt die Kiste aufzumachen und sie auszurauben. 5G. Oh, scheiße. Das hat dir echt nicht mal gelohnt. Oh, ein Bild von Anjil. Er ist so jung. Es muss sein, wenn er erst als Soldier erinnert hat. War Anjil nicht irgendwie erst 28 oder so? Nö. Und da ist es, der Buster-Sword. Das ist eine Familienbilder. Schau an Anjil, er hat das Buster-Sword wieder gezeigt. Das muss Anjils Vater sein. Er sieht aus wie ein sehrer Mann. Ein Babybilder? Das ist Anjil? So cute! Oh Gott. Now these two rascals must be Anjil and... Genesis. Ah, ich wünschte, ich könnte die näher ranholen, ey. So, da hinten steht das Babyfoto, davor das mit Anjil und Genesis. Und hier mit dem Buster-Sword und das Familienfoto. Und eine Straße. Oh Mann, ey, wie traurig sie hier sitzt, ganz alleine. Ich will nicht gehen. Die arme Frau, ey. Ach, wie nett, der hat mir den Weg frei gemacht. Ich will nicht, der Weg richtig zu sein. Ich bin nicht, der Weg mit dir zu sein. Oh jp-Sword. Jetzt, komm nach Jp-Sword. muss ich hier nicht auch mal irgendwann sonst als bullshit machen jetzt kann ich das immer noch nicht aufheben es sieht anders aus ich dachte ich könnte es jetzt aufheben aber es geht nicht okidoki ach so stimmt ich wollte ja missionen machen bevor ich aufhöre was machen wir denn mal auf der jagd noch kostbarkeiten klingt gut suche nach gegenständen der sticke legten kohle mine sollen sich berichten zur folge monster eingenistet haben womöglich befinden sich wertvolle gegenstände in der tiefe die bei der schließung der anlage zurückgelassen wurden du solltest dich dort umsehen eine kiste nur machen wir jetzt nur eine mission fortschritt ein prozent wow läuft gut ich glaube ich muss eigentlich meine folge nur mit missionen machen da ist schon die kiste cool ist er nicht so groß hier ne ich will keinen netz abkriegen Ne, 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 ne. Geht mir, Alter, weg vom Leib hier. Uff, aua. Ich seh den hinter mir nicht, das gefällt mir nicht. So, eine muss reichen. Ich will diesmal in diesem Run wirklich alle 100 Protestant Missionen haben. Weiß ich aber nicht, ob ich das dann alles aufnehme. So, ich speichere auch wieder nur einmal. Nein, ich speichere nochmal. Okay. Dann gucken wir uns nächstes Mal die Fabrik an. Ja, und dann... Hm, geht's auch noch weiter in Benora. Glaube ich. Ja, bestimmt. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.